Ich möchte dir das beste Rezept für Misserfolg verraten. Das ist der Versuch, es jedermann recht zu machen. Der Volksmund sagt, es recht zu machen jedermann ist eine Kunst, die niemand kann. Und das stimmt. Weißt du, es gibt immer Leute, die gegen dich sein werden. Es gibt immer Kritiker, es gibt immer Nörgler, es gibt immer Leute, die dich und deine Fähigkeiten bezweifeln, deinen Ruf bezweifeln, deine Salbung bezweifeln, das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, bezweifeln, die dagegen sind. Es gibt immer Leute, die niemals einen Sieg, den du hast, mit dir feiern werden, sondern die immer irgendwie zweifeln, kritisieren, nörgeln. Und ich sage dir eins, versuche gar nicht erst, es jedermann recht zu machen. Versuche gar nicht erst, überall Zustimmung zu bekommen. Das hat etwas mit unserem Stolz zu tun, dass wir gerne überall akzeptiert sein wollen. Aber das funktioniert nicht. Das beste Beispiel ist Jesus. Er war die edelste, großmütigste, freundlichste Person, die jemals über den Globus gegangen ist. Ein Segen im Grunde genommen für jedermann, der ihm bereitwillig begegnet ist. Und doch hatte kaum jemand, so viel Kritiker und Gegner wie Jesus, massiven Widerstand, bis hin, dass er ans Kreuz geschlagen worden ist. Trotzdem ist er durchgegangen und hat dadurch den Sieg errungen, weil er eben nicht Kompromisse gemacht hat, weil er eben gar nicht erst den Versuch gemacht hat, es jedermann recht zu machen. Er hat die Leute teilweise stehen lassen und ist einfach durch sie hindurch gegangen. Er hat Dinge überhört, die nicht relevant waren. Er hat seine Gegner einfach ignoriert, wenn sie an ihm rumkritisiert haben. Er ist überhaupt nicht in die Diskussion eingestiegen, sondern wusste, was Gott für ihn hat und hat das, was in seinem Herzen war, einfach sozusagen sauber durchgezogen. Und das rate ich auch dir, dass du das, was Gott auf dein Herz gelegt hast, dass du das nimmst und dass du dich nicht beirren lässt von Wohl oder Wehe oder von Zustimmung oder Ablehnung, was immer dir begegnet, sondern geh einfach mit dem, was Gott für dich hat, durch. Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Versuche gar nicht erst Zustimmung von jedermann zu erhalten, sondern geh in das hinein, was Gott für dich hat. Denn das ist das, für das du auch Rechenschaft geben musst. Die Bibel sagt, nicht um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Also wir sollen nicht, um Menschen zu gefallen, irgendwelche Dinge tun, sondern von Herzen uns nach Gott ausrichten. Ganz ähnlich klingt es in einer anderen Bibelstelle. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Es geht darum, dass das, was Gott in unsere Herzen hineingegeben hat, dass wir demgemäß wirklich unser Leben leben. Lass dich nicht blockieren. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht stoppen von Leuten, die einfach gegen dich stehen. Häufig sind es Menschen aus dem direkten Umfeld. Sozusagen unsere Familie, mag sie natürliche oder die geistliche sein, die uns blockieren wollen. Aber ich sage dir eins, schau auf den Herrn. Nimm das, was er in dein Herz gegeben hat. Und geh vorwärts, egal was da an Widerstand oder auch an Lob ist. Geh einfach vorwärts, um die Fülle dessen, was Gott in deinem Leben hervorbringen will, wirklich zu erreichen. Lass dich nicht abhalten, indem du versuchst, Menschen zu gefallen, sondern gefalle Gott. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!